Deutschland, nix gut. Pssst. Franz Meerston. Guck dich doch mal an, du fällst doch gleich auseinander. So ein Quatsch. Indien und dann auf der halben Strecke kein Geld mehr und nix zu fressen. Und dann gehst du nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts. Vollkommen richtig. Du weißt gescheit, was? Aber, das ist ja auch wie ein Maulwurf. Kommt sie jetzt ab, 4000. Drachmann, ne? Morg. Aber nimm's nicht so tragisch. Ich hab eben die leichtere Fracht. Dafür aber den stärkeren Motor. Und die längere Leitung. Wenn du nämlich noch lange so weiterquatschst, dann kannst du hinter mir den Tenier hochzuckeln. Was soll das? Was das soll? Der Mann hält es halt der Leute vom Hals. Wenn die alle klauen würden, würden wir total die Übersicht verlieren. Die haben Sie doch noch nie gehabt, Sie, Wissenschaftler. Ihr gehört doch alle in den Anfängerkursen nach Sauerlach, auf die Durchblickerschule. Herr Meerstor... Mensch, seien Sie still. Wenn Sie nicht so krank wären, würde ich Sie mit dem Kopf zuerst in Ihr blödes Bohrloch reinhauen. Herr Meerstor, können Sie mir mal einen Moment zuhören. Nein, das hat auch gar keinen Sinn. Ihre Logik kapier ich sowieso nicht. Nein, das hat auch gar nicht.